Das Sternzeichen Waage ist bekannt für sein starkes Bedürfnis nach Harmonie und Gerechtigkeit, stets bemüht, Ausgewogenheit und Frieden in jeder Situation zu schaffen. Ihre Stärken liegen in ihrer diplomatischen Art, ihrer Fähigkeit zur Zusammenarbeit und ihrem ausgeprägten Sinn für Ästhetik, während ihre Schwächen sich in Unentschlossenheit und einer Tendenz zur Konfliktvermeidung zeigen. Lasst uns wissen, ob ihr auch zur faszinierenden Welt der Waagen gehört oder teilt euer Sternzeichen in die Kommentare, um mehr über die vielfältigen Persönlichkeiten unter uns zu erfahren.